Ja, guten Abend. Segeln ist etwas, was ich schon vor meinem ersten Schritt in die Welt kennengelernt habe und bin praktisch mit dem Segelsport groß geworden durch meine Eltern, Geschwister und so weiter und habe selbst hier an der Uni Leipzig studiert, allerdings keine Ingenieurwissenschaft, sondern Marketing, schwerpunktmäßig BWL. Und so kam es, dass ich im Jahre 2013 von einem damals schon guten Freund eingeladen wurde zu einem Segelrennen und als Marketingmann von ihm gebeten wurde, Mensch, hol doch mal Sponsoren ran. Das wäre doch mal eine super Sache, wenn wir das auch ein bisschen vernünftig finanzieren können, unser Segelrennen. Und es sollte gehen zum Fastnet Rock. Das ist ein Felsen in der irischen See und das Fastnet Race ist damit berühmt und berüchtigt. Das sieht dort etwa so aus wie bei den Herren dort. Und da hatte ich ein bisschen Respekt vor. Und ja, eins war mir irgendwie klar. Wenn du vernünftige Sponsoren auf ein Boot holen möchtest, musst du von diesem Boot runter senden. In Form von einem Videosignal. Das ist technisch auch überhaupt kein Problem. Es gibt Satellitenantennen. Es gibt Webseiten, in die man Werbebotschaften integrieren kann. Es gibt YouTube-Videoplattformen. Was es aber auf solchen Booten nicht gibt und vor allen Dingen auch nicht ohne Geschwindigkeitsverlust ist Energie. Strom. Strom für Handys, Strom für Kameras, Server und so weiter. Da machte ich mir den Kopf darüber, wie kriegst du wohl Energie auf ein solches Boot. Und genau dieses Bild war eigentlich die ganze Zeit die erste Folie in meiner Präsentation für Sponsoren. Und ich grübelte so nach. Mensch, was für ein energiegeladenes Bild. Und so kam es. Ja, 2013 hatte ich selbst eine Panne mit einer Yacht. Das war ziemlich doof. Ich habe nämlich die Yacht betanken wollen und ganz aus Versehen in den Tank für Diesel Frischwasser eingefüllt. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ein ziemliches Malheur, aus einem Dieseltank so 5 oder 6 Liter Wasser rauszukriegen. Man befasst sich dann sehr intensiv damit, wo in einer solchen Segeljacht verschiedene Tanks sind. Und man merkt sich das auch. Das ist eine bleibende Erinnerung. Das hat sich eingehämmert so richtig so. Und ich merkte mir auf jeden Fall, dass auf dieser Yacht der Wassertank in etwa in dieser Region ist. Wie würde sich wohl, wenn ihr euch dieses Bild anguckt, das Wasser in dem Tank dort bewegen? Und warum? Würde das wohl stillstehen? Nee, dafür braucht man, glaube ich, nicht Ingenieurwissenschaften zu studieren. Das würde ganz schön durch die Gegend schlettern. Und das war so die erste Idee. Ja, Mensch, da könnte man doch irgendwie Schrauben oder irgend sowas reinbringen. Nun ist es so, dass alle in meiner Familie Ingenieure sind. Also kam ich auf meinen Vater zu und sagte, Vater, der hat auch selbst zwei Patente für Energietechnik geschrieben. Und sagte zu ihm, Mensch, da könnte man doch hier so schrauben und so weiter. Ja, das ist eine Frage, Antwort darin, was machst du, wenn das Trinkwasser ausgetrunken ist? Und damit war das Ding erledigt. Nein. Ich überlegte dann weiter. Vorne im Schiff ist doch eigentlich immer ein Anker und eine Ankerkette. Und das ist Eisen, es hat eine hohe Dichte, acht Gramm je Kubikzentimeter. Eine Ankerkette lässt sich formen, zu jedem Größe und Form. Und genau das war es dann. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass sowas nicht patentiert ist. Ja, ich hatte Zeit. Ich war etwas frustriert mit dem Job, den ich zu dem Zeitpunkt tat. Ich sollte nämlich Energie verkaufen. Strom und Gas an Industriekunden. Das hat mich intellektuell nicht wirklich ausgelastet. Also habe ich mich die nächsten vier bis, ich glaube, fünf, sechs Wochen etwa waren es, mit dem Deutschen Patentamt befasst. Und da kann man nämlich recherchieren. Das kann man auch des Nachts tun. Und habe dann doch eine Lösung gefunden, die war relativ leicht. Die fand ich aber in insgesamt zweieinhalbtausend Patenten nicht. Also ich habe so alle Wellenkraftwerke, alle Schiffsstabilisatoren durchgeprüft. Und zu einer Lösung, ich habe sehr viele Lösungen gefunden, insbesondere bei Wellenkraftwerken. Und die waren alle so aufgebaut, ohne diese, das soll hier eine Feder sein. Aber alle hatten immer diesen gleichen Aufbau, nämlich man nimmt einen hydraulischen Zylinder, hat hier einen Wirkmechanismus, hat zwei Speicher, Vor- und Rücklauf und hat hier unten einen Motor. Und nur ist es so einfach, dass jede Einwirkung auf diesen Zylinder bewirkt, durch diese Relais-Schaltung, dass sich hier der Druck erhöht und hier senkt. Ganz egal, wie sich dieser Zylinder bewegt, die Wirkung ist immer die gleiche. Druckerhöhung auf der einen Seite, Druckniedrigung auf der anderen. Das ist Physikklasse 7, auch etwas, was ein Betriebswirt verstehen könnte. Der Meinung waren auch, erstaunlicherweise auch nach der Veröffentlichung, viele andere. Das ist ganz einfach und simpel. Physikklasse 7. Und in der siebten Klasse in Physik habe ich gelernt, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und wie wir auf dem Bild hier vorne gesehen haben, herrschen jedoch erhebliche Beschleunigungen. Und als alter Segler wusste ich, da vorne, selbst wenn du nicht in der irischen See bist, hebst du häufiger ab. Du hebst einfach ab, bist schwerelos in diesem Bereich von der Segeljacht. Und das ist genau 1G. Und tatsächlich herrschen hier ein Vielfaches davon, nämlich 4 bis 5G. So ähnlich wie in der Achterbahn ist das einfach auch eine Achterbahnfahrt. Und so fühlen die Jungs sich dort auch. Der Witz an Segelbooten ist, dass ganz genau diese Kraft auch, der ist man sich bewusst. Und entsprechend sind alle Massen, die in einem Segelboot sind, auch zentral in der Mitte angeordnet. Damit diesen Massen einfach ausgewichen wird. Und alleine die Masse der Ankerkette muss nämlich durch die Funktion, man schmeißt einen Anker vorne raus. Und muss vorne, ist auf jedem Schiff so, vorne ist eine Ankerkette drauf. Und allein diese Masse ist exklusiv vorne drinnen. Und wer das Prinzip von Drehmoment kennt, umso weiter es von der Drehachse entfernt ist, umso stärker ist die Wirkung. Hebelgesetze. So, es gab nichts im Patentamt. Also habe ich das einfach mal geschrieben. Ging hier in Leipzig zur Patentberatung. Ja, die haben mir gesagt, wie das zu machen ist. Sind dort völlig kundenorientiert und sagen auch wirklich, das und das und das musst du machen, das und das musst du beachten. Kam ein Patentamt, Anwalt zu mir und sagte, oh, ist so interessant. Dann wäre ich gerne dabei und ich berate dich auch kostenlos, wenn du später mal die Internationalisierung mit mir machst. Sochte ich, ja, okay, vielen Dank dafür, gerne. Gratis nimmt man sowas gerne an und es gab mir dann doch einen Hinweis, du bist hier nicht ganz verkehrt. Ja, dann habe ich das geschrieben und mich mal auf die Reise begeben, das zu messen. Auch mal zu gucken, ja, taugt das, bringt das was. War ich mal auf der Ostsee, das war, glaube ich, 2013, 14 war das, ja. Und habe mal mit einem ganz normalen, während des Urlaubs, mit einem Fahrtensegelboot mal gemessen, mit dem Handy und tatsächlich validierte Daten auch mehrfach gemessen. Mit verschiedenen Geräten und hier sieht man, das ist einfach eine Zeitachse, die geht in diese Richtung, also etwa 100 Sekunden Messfolge. Und die Ausschläge hier sind einfach Beschleunigungen, die im Wug des Schiffes so gemessen wurden. Und das gab mir dann so doch ein klares Gefühl dafür, okay, taugt was. Den Daten und insbesondere hier mit der Berechnung, das ist ein Schiff von 10 Meter länger, an dem ich das getestet hatte. Also der Drehpunkt des Messpunktes, beziehungsweise auch des Punktes, wo die Energie erzeugt werden sollte, wo eben die Masse lagert, ist so etwa 4,5 Meter entfernt vom Drehpunkt. Nur ist es so, auf Segelbooten oder auch auf Schiffen allgemein, im Unterschied zu PKWs, treten hauptsächlich Drehbewegungen auf. Wenn ein PKW durch die Kurve fährt, sind es meistens lineare Beschleunigungen. Hier sind es Drehungen. Wasser hat die Eigenschaft, nämlich flach zu sein und nur kleine Wellen aufzubauen. Das Problem an Segelbooten sind tatsächlich Drehbewegungen. Und das Ergebnis war zu sagen, okay, es lohnt sich. Patent geschrieben, angemeldet, Partner suchen und das ging schnell. Okay, innerhalb von ein und halb, ja, einem Monat eigentlich, Januar 2014, hatte ich einen Partner, groß genug und klein genug, Unternehmen für Hydraulik, Spezialentwicklungen, Jachthydraulik insbesondere und eine Zulassung des germanischen Lloyds, das war Beetz Hydraulik GmbH in Ottobäuren, Feuer und Flamme für die Sache. Der Herr Beetz selbst hat da auch schon Atlantik überquert, wusste also, worum es da geht. Und er kannte auch genauso wie ich das Problem, dass man einfach vielen einfach schlecht wird auf dem Segelboot. Denn wenn man Energie erzeugt, wohin verschwindet denn die Energie? Das war eigentlich eine Fragestellung, die ich mir erst später gestellt habe. Was passiert dann, wenn ich die Energie entnehme aus dem Segelboot? Ja, es beruhigt sich. Und das ist eigentlich viel mehr wert als die erzeugte Energie. Denn Schiffsstabilisatoren, die es heute gibt, die billigsten fangen so an bei 40.000 Dollar. Das sind Kreiselsstabilisatoren, verbrauchen so etwa die kleinste Ausführung das, was hier an mechanische Leistung umgesetzt werden kann. Der kleine Unterschied ist nur, die verbrauchen die Energie. Meine Anlage würde sie erzeugen. Das heißt, man hat nicht nur das Schiff beruhigt, sondern hat auch noch elektrischen Strom dort, wo er sehr knapp ist, nämlich auf dem Boot. Weil die einzige Energiequelle, die man so ständig verfügbar hat, ist Diesel. Und den muss man verbrennen. So, ich hatte also einen Lizenznehmer. ging dann über verschiedene Netzwerke, kam dann auf verschiedene Förderplätze und lernte dann auch die Mariko kennen. Das ist eine Gesellschaft in Emden, Förderung von Technologien. Über die Mariko kam ich dann zur Technischen Universität in Berlin und das Bundeswirtschaftsministerium. Die wurden auch hellhörig. Sagt, das wollen wir fördern. Das ist interessant. Das sind genau unsere Themen, die wir haben wollen. Und das sind so die Bausteine. Also Bundeswirtschaftsministerium, hier über die Lizenznehmer, ging ich auf den Generatorenhersteller zu. Der sagte, da sind wir dabei. Wollen wir auch mitmachen. Wieder ein Baustein dazu. Und, ja, weiterer Baustein war dann einfach auch das Sponsoring. Ich hatte nach wie vor den guten Freund, den Peter Steinkogler. Er wäre als Testkandidat zur Verfügung gestanden. Das heißt, er hat das Ganze getestet und promotet zwei Jahre lang. Bis dann ein kleines Problem auftrat, nämlich mein ursprünglicher Lizenznehmer ging insolvent. Und das kam leider just so drei Monate, nachdem ich viel Geld für die Internationalisierung des Patentes ausgegeben habe, wo ich einfach gesehen habe, ja, du hast alle Bausteine zusammen. Und die stehen schön aufeinander, so wie man das hier sieht. Und leider ist so ziemlich in der Mitte der Bausteine dann plötzlich rausgezogen worden. Also begabe ich mich auf die Suche nach einer Alternative. Und das Bundeswirtschaftsministerium gab mir noch den Tipp, sei mal so gut, hol dir mal lieber einen Industriepartner, mindestens 500 Mitarbeiter. Wenn man allgemein am Wirtschaftsleben teilnimmt, weiß man, dass je größer ein Unternehmen ist, desto träger wird es und desto weniger ist die Risikobereitschaft. Das hat nicht unbedingt was mit fachlicher Qualifizierung zu tun, sondern es hat einfach was mit dem Risikoverhalten in diesen Unternehmen zu tun. Das ist auch eine ganz normale Sache. Dinge dauern länger in großen Firmen als in kleinen. Ich habe mit so ziemlich guten Dutzend Unternehmen gesprochen und das verteilt über das Jahr 2015 und irgendwann hatte ich die Nase voll. Nach der 12., 13. Absage dann wollen Leute sagen, ja, sehr interessant, sich dann darüber Monate ausbreiten und irgendwann eine Absage als zu riskant. Wie kannst du denn Massen auf dem Schiff frei bewegen wollen und damit, also dass das technisch funktioniert, bestand keine Frage. Die Risiken wurden verklärt, dass das umsetzbar ist. Der Markt ist groß, also der Sportbundmarkt in Deutschland ist 2,3 Milliarden Euro groß und Deutschland ist eigentlich eine Nation, die nicht wirklich zu den Seefahrern gehört. Und irgendwann, Mitte, Ende letzten Jahres, nach der 13. Absage, hatte ich dann ein Jobangebot und dann stand ich vor der Wahl, schlau und arm sterben oder einen Job nehmen, der mir auch Spaß macht und dann nahm ich den Job. Und ich weiß nie, ob das irgendwann mal Realität werden könnte. Situation ist auch die, wenn du ein Patent anmeldest, hast du dafür nur begrenzt Zeit, bis es richtig teuer wird. Also du meldest es an, dann hast du ein Jahr lang Zeit, um das zu internationalisieren. Internationalisieren. Das kostet so etwa 8.000 bis 10.000 Euro, die Internationalisierung. Da wird es dann richtig interessant. Also wirklich Risiken, die man erstmal nicht eingehen sollte. Und die habe ich auch erst wirklich dann eingegangen, als ich, sag ich mal, die Bausteine größtenteils zusammen hatte, dass die dann zusammenfallen. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Selbstkritisch muss ich die einräumen. Ja, ein Team wäre besser gewesen, also ein stärkeres Team und was ich auch einräumen muss, den Jochen Beetz hätte ich gleich im November 2014 besser mal fragen sollen, wie es dann aussieht. Liegst du mit Geld auf den Tisch für das Patent und die Internationalisierung? Sag mal Hand aufs Herz, ja oder nein? Und da wäre ich, glaube ich, auch schlauer gewesen. Wenn ich es nochmal machen würde, ich glaube ja. Also es war spannend. Ich habe viel gelernt. Viel auch über technische Entwicklung, viel über Erfindergeist, viel über Unternehmergeist gelernt. Und ja, ich glaube, sowas muss man einfach wagen, sonst wird man sich kurz, bevor man den Sargdeckel zumacht, ärgern und sagen, hätte ich mal. Und das wollte ich nicht. Danke. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.